Ich stelle euch heute ein ganz besonderes Kartendeck vor, dein Seelenheimatorakel. Und ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit höheren Sphären, Seelenheimaten, verschiedenen Bewusstseinsdimensionen und habe von der Heidi Schirner ganz begeistert von diesem Kartendeck gehört. Und die Shamuel Schaufert, Verzeihung, die das Ganze gemacht hat, ist eine sehr, sehr spirituelle, sehr fühlige Frau. Und ich bin einfach mal wirklich gespannt. Ich habe gestern schon mal eine Karte gezogen, die mich selbst sehr berührt hat und möchte euch jetzt heute mal so die eine oder andere Karte vorstellen. Mal schauen, was sie mit Seelenheimaten meint. Und da haben wir die Seelensphäre Ansara. Ah, die hatte ich gestern gezogen, deshalb liegt die oben drauf. Eine Wunde heilt. Sanftheit und Friede sind ab sofort deine Wegbegleiter. So schauen die Karten von hinten aus. Ich finde die wunderschön. Und ich zeige euch einfach mal ein paar. Mal schauen, die nächsten kenne ich jetzt nicht. Ich habe gestern wirklich nur eine gezogen. Ah, die Serafim. Die Serafim. Ariel, Shamuel, Gabriel, Haniel. Ich lese euch jetzt nicht dazu vor, was da steht, denn wir ziehen gleich eine Tageskarte. Und ich möchte euch nicht alles vorlesen. Die so beide Karten. Was haben wir hier noch? Serafim. Muriel, wahre Freundschaft wird ihr begegnen. Hab Vertrauen. Und hier haben wir die Serafim und Muriel ist einer davon. Oder eine davon. Wo ist sie? Hier. Und hier sind sie nochmal unterteilt. Ich lade euch jetzt ein, euch mal mit zu verbinden mit diesem Kartendeck. Und alle, die jetzt zuschauen, natürlich, das ist klar, ich ziehe jetzt eine Karte und da könnte man sagen, naja, wie sollen die für alle passen. Aber vielleicht gehen wir einfach mal davon aus, dass alle, die jetzt zuschauen, die sich da jetzt gerufen fühlen, genau die Karte bekommen, die sie jetzt brauchen. Mich selber halte ich mal raus, denn meine Karte war, wie gesagt, gestern an Sarah totaler, absoluter Friede war da die Information. Eine Ebene, auf der wirklich nur Frieden herrscht. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. So, ich mische mal die Karten so ein bisschen. Schaut es euch bitte nochmal an. Dein Seelenheimat-Orakel, die zauberhafte Magie der Seelensphären. Ich finde das Kartendeck super für Leute, die spirituelle Seminare geben. Ich werde nämlich oft gefragt, ja, aus welcher Seelenheimat komme ich denn? Und da schwächle ich dann immer so ein bisschen, weil ich natürlich was fühle, es aber nicht zwingend dann auch benennen kann. Ja, jetzt zittert es hier so ein bisschen so. Während ich hier mische und schaue, was euch da so rufen könnte. Ich habe heute mal Salbei und Lavendel aus meinem Garten. Ich liebe Salbei und Lavendel und ich liebe Rosen und ich liebe Rosmarin. So, jetzt habe ich eine Karte. Jetzt habe ich eine Karte. Ich bin gespannt, was es ist. Aha, okay. Der Avatar Ampheniel. Und die Botschaft ist, es ist Zeit für Stille. Erkenne Gott in dir. Das lese ich euch jetzt mal vor. Hier gibt es wieder ein dickes Buch dazu. Und da gibt es vorne ein Inhaltsverzeichnis, was ich immer super finde. Da findet man es nämlich auch leicht. Hier ist das Inhaltsverzeichnis. Ich nehme mal so, dass ihr mal reingeguckt habt. Sekunde. So. Schöner Verlag. Na klar. 2018. Gut. Und da schaue ich jetzt mal unter Avatar. Und ihr schaut euch die Karte nochmal an, wenn ihr wollt. Avatar, wie heißt der Ampheniel? Ich bin wirklich gespannt. Das habe ich nämlich noch nie gehört, noch nie gelesen. Ich bin wirklich gespannt. Also diese Kartendecks vorzustellen, eröffnet mir wirklich total neue Welten. Das ist echt super, was die Autoren da vom Schöner Verlag, muss ich jetzt mal wirklich sagen, was da für eine Weisheit gebündelt ist und für eine Inspiration, finde ich schon beeindruckend. Und ich möchte gerne mal die Karte neben die Schachtel stellen, dass ihr beides im Blick habt. Und jetzt lese ich euch das vor. Der Name ist Ampheniel, das Auge Gottes. Vorsteher der Engelsphäre. Ampheniel ist selbst ein Engel. Aufgabe leitender Engelsphäre. Wow. Energie. Hilfsbereit, charismatisch, selbstbewusst, feierlich, heilig, würdevoll, beruhigend, barmherzig. Habe ich da jetzt was falsch gemacht? Ich habe jetzt hier Seraphim Ampheniel. Aber es ist ja Avatar Ampheniel. Jetzt muss ich hier gerade nochmal schauen. Nicht, dass es mich hier verwirrt, weil ich nämlich diese ganzen Sphären selber nicht kenne. Die Vorsteher der Seelensphären-Avatar. Oder ist das ein Druckfehler? Jetzt bin ich hier gerade wirklich ein bisschen durcheinander. Ampheniel. Ampheniel. Es gibt nur diesen einen Ampheniel. Und ich schaue nochmal, ob das Bild da jetzt vielleicht auch... Tatsächlich, schaut ihr bitte. Das Bild stimmt. Und hier steht aber Seraphim Ampheniel. Wir lassen es jetzt einfach mal, wie es ist. Da muss ich nochmal nachfragen. Nicht, dass einem das dann verwirrt. Er ist der Hüter des... Also, Seraphim Ampheniel ist ein magischer Engel. Er ist der Hüter des göttlichen Liebesfunkens. Als Engelssphärenvorsteher verlässt er die Engelssphäre nicht. Ah, wow. Er verlässt die Engelssphäre nicht. Er ist vollkommen in sich. Alle Energie richtet er ausschließlich auf die Erfüllung seiner Bestimmung. Unterstützt bei Entfaltung der Göttlichkeit in sich. Seraphim Ampheniel ist der Engelssphärenvorsteher. Er hat die Engelssphäre niemals verlassen und wird es auch nicht. Seine Bestimmung ist es, die Engelssphäre zu leiten und die Engel in ihrem Bewusstseinsprozess zu unterstützen. Wow. Er hält über alle Aktivitäten innerhalb dieser Sphäre aus seiner Hand und ist vollkommen auf Gott ausgerichtet. Befreie dich von allem Ballast. Folge deiner Bestimmung. Erkenne Gott in dir. Übungen. Verbinde dich geistig mit dem Namen Seraphim Ampheniel oder meditiere mit seiner Energie. Betrachte die Karte und spüre deine allumfassende Seele im gesamten Kosmos. Halt einfach das Bild an, dann kannst du die Karte hier betrachten. Leg die Karte auf dein Herzchakra und spüre die gesamte Schöpfung in dir. Und natürlich wäre es schön, wenn du dir einfach das Kartendeck kaufst. Du kannst aber auch schauen, ob diese Kraft vielleicht durch die Kamera, durch den Computer zu dir hin strömt. Die Affirmation ist, Ampheniel unterstützt mich dabei, meinen Glauben an mich selbst zu leben. Ich glaube an mich. Ich bin der Glaube. Ich möchte noch kurz was dazu sagen, ihr Lieben. Ihr wisst, ich arbeite sehr viel mit dem inneren Kind. Ich nehme mal kurz die Rose weg hier, die Heilung des inneren Kindes. Mein Name ist Susanne Hün, falls ihr mich nicht kennt. Aber in Wahrheit, so ganz tief in mir, bin ich sehr stark der Engelsenergie zugewandt. Also wirklich sehr. Ich habe darüber ein bisschen was geschrieben, aber mein Gefühl ist, meine Berufung, meine Aufgabe ist eher das Emotionale. Ich bin Aszendent Krebs. Mir geht es eher darum, hier auf der Erde die liebevolle Fürsorge für das innere Kind für sich zu lernen. Aber ich privat, ich bin Fische, ich privat bin sehr, sehr daran interessiert, meine Seelenkraft zu spüren und bin einfach sehr mit Engeln unterwegs. Deshalb muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, dieses Kartendeck berührt mich wirklich ernsthaft. Ihr merkt es auch, ich muss mich räuspern. Die Seelenheimat. Ich finde, du hast das absolut kraftvoll umgesetzt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich kommt die Kraft der Engel hier total rüber. Also, wenn du dich berühren lassen möchtest von den Engeln, vor allem von dem Engel in dir, wollen wir mal nichts verkleinern, wenn dich das ruft, bist du ein Engel. Der Engel in dir bekommt mit diesem Kartendeck einen Ruf aus der Heimat. So möchte ich es sagen. Der Engel in dir bekommt mit diesem Kartendeck einen Ruf aus der Heimat. Und Schamol, ich danke dir von Herzen dafür. Und euch, vor allem dir, Heidi, weil ich weiß, wie sehr du dich in dieses Kartendeck verliebt hast. Danke ich euch von Herzen, Schirnas, dass ihr es gemacht habt. Großartig. Der Engel in dir findet Heimat. Der Engel in dir findet ihr ein Ruf aus der Heimat. Der Engel in dir findet ihr ein Ruf aus der Heimat. Vielen Dank.